Im Namen des Vaters und des Sohnes des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Gläubige, liebe Kinder, liebe Jugend. Es gibt keine Heilung für das Unglück des Hochmütigen, denn eine Pflanze der Bosheit hat in ihm Wurzel geschlagen. In den 20er und 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts erlitt die katholische Kirche in Mexiko eine furchtbare Christenverfolgung, eine furchtbare Erniedrigung und Demütigung. Die Kirche wurde zuerst entrechtet, um sie zu vernichten, versucht. Durch die Verfassung von 1917 wurde den Kirchen die Rechtsfähigkeit genommen. Sie konnten keine Grundstücke, kein Vermögen mehr erwerben. Grundbesitz, Kirchen, Gebäude wurden enteignet. Das Schulwesen, die Wohlfahrtseinrichtungen der Kirche, wie die Kindergärten, wurden ihr entzogen. Orden, religiöse Vereine wurden verboten. Ausländische Priester mussten das Land verlassen. Den einheimischen Priestern entzog man bürgerliche Rechte. Den Höhepunkt erreichte diese Maßnahme unter dem Präsidenten Kallers. 1925 wurden alle Katholiken aus den Staatsämtern entfernt, die katholische Presse unterdrückt. Ein Jahr später die katholischen Kirchen ausnahmslos geschlossen, die Schulen enteignet. In den Jahren 1926 bis 1929 kam es zu einem bewaffneten Konflikt. Die gepeinigten Katholiken griffen zu den Waffen, um sich zu verteidigen. Aber die Erhebung wurde im Blute erstickt. Der Nachfolger von Kalles, Cárdenas, setzte diese Linie fort. Er führte die sozialistisch-kommunistische Schule ein und durch. Aus Protest erhoben sich noch einmal die Christen, aber wiederum wurde dieses Erheben zusammengeschlagen. Die Verfolger hatten es und haben es immer an erster Stelle auf die Priester abgesehen. Der Pfarrer Gorkas von Zacatecas war, wie die Verfolgung ausbrach, an seinem Platz geblieben, spendete die Sakramente wie vorher. Von den Mitgliedern seiner Pfarrgemeinde verriet ihn keiner. Doch immer enger knüpfte die Polizei die Maschen ihres Netzes und eines Tages schnappte sie tatsächlich den langgesuchten Priester. Im Gefängnis empfing man ihn mit ausgesuchter Höflichkeit. Er käme gerade zur rechten Zeit, um einigen Gefangenen die Beichte abzunehmen. Er selbst brauche keine Angst zu haben. Er habe ja nie sich politisch eben betätigt. Im Gefängnis, eben die Häftlinge, die um einen Priester gebeten haben. Pfarrer Gorkas Herz erfüllte sich mit priesterlicher Freude. Er hörte Beichte, ging von Zelle zu Zelle, spendete Trost und Hoffnung. Dann führte man ihn zurück ins Untersuchungszimmer, aber ganz anders als vorher schnauzte ihn der Offizier an. Sagen Sie mir sofort, was die Gefangenen gebeichtet haben. Es sind Hochverräter, was haben sie ihnen erzählt? Im ersten Augenblick fährt der Priester erschrocken zusammen. Dann aber steigt ein helles Leuchten in seine Augen. Niemals, antwortete er mit priesterlicher Würde, niemals werden sie das geringste Sterbenswörtchen erfahren. Meine Lippen hat Gott versiegelt. Heilig werde ich dieses Siegel halten. Nun gut, dann werden sie erschossen. Bedenken Sie, es geht um Ihr Leben. Der Priester antwortet, da gibt es kein Bedenken. Erschießen Sie mich. Und Sie erschossen ihn. Ein anderer Held war Kaplan Reyes. Nach der Verhaftung sollte er das Versteck seines Pfarrers angeben. Reyes weigerte sich. Da hängte man ihn einen Meter über dem Erdboden, ohne Stützpunkte für die Füße in eine Säule, wo ihn tagsüber die glühende Sonne Mexikos des Nachts der kalte Bergwind quälte. Ohne Speise und Drang hielt der junge Priester drei Tage und drei Nächte aus, gekreuzigt wie sein Meister. Am dritten Tag zog man ihn die Haut von den Füßen, übergoss ihn mit Benzin und zündete ihn an. Er hätte nur das Versteck des Pfarrers angeben müssen. Er tat es nicht. Lieber gab er sein Leben hin. Die Prado, Ariolo, war Pfarrer in Tamazula in Mexiko. Er wurde in den Kerker geschleppt. Dort hackten ihm die Soldaten mit einer rostigen Hacke die Hände ab, damit er nicht mehr die Messe lesen könne. Der christlich verstummelte Priester wurde noch infolg des Blutverlustes in ein Spital eingeliefert, wo er unter furchtbaren Schmerzen starb. Die Zeugen des Glaubens aus der Leihenschaft standen den Priestern in Mexiko aber in nichts nach. Der Rechtsanwalt Flores González war der Führer der katholischen Jugendbewegung. Lange gesucht wurde er endlich gefasst. Mit Daumen an einem Flaschenzug gebunden, zog man ihn hoch, ließ ihn wieder sinken. Zwanzigmal, dreißigmal. Man trat den Körper des Ohnmächtigen, gab ihm schließlich den Gnadenschuss. Am anderen Tag standen Witwe und Kinder weinend vor dem Sarg des geliebten Vaters. Die Mutter hob das Kleinste noch einmal hoch, damit er den Vater sehen kann. Auf die Frage, was dem Vater zugestoßen sei, antwortete das Kind, der Vater hat das Jesuskind so lieb gehabt, deshalb haben ihn böse Menschen getötet. Mit Flores González starben ein Heldentod für Christus, zwei Brüder Vargas mit Namen. Der eine war ein Student der Medizin, der andere Elektrotechniker. Ein dritter Bruder entkam. Als die Nachbarn dem Vater ihre Teilnahme ausdrückten, erwiderte der alte Mann mit christlichem Stolz, Beileid, gratuliert mir lieber. Die Mutter aber sagte zum dritten Sohn, der entkommen war, Junge, du hattest die Krone schon in der Hand, warum hast du sie fallen lassen? Den beiden Vargas schließen sich die beiden Brüder Huerta an, Schauspieler der eine, Mechaniker der andere. Sie wollten ihre beiden geistlichen Brüder nicht verraten, deshalb folterte man sie mitten in der Nacht auf dem Friedhof. Die beiden ließen sich nicht mürbemachen. Während der Quälereien bat der Ältere um ein Licht, beleuchtete seine Brust und rief, Hier ist das Herz, das bereit ist, für Gott zu sterben. Im selben Augenblick krachte die Salbe bei den Männern, fielen der eine hinterließ elf, der andere zehn Kinder. Die erwähnten Helden sind bei Lange nicht vollzählig bewundernswert, aber auch das Bekämpfnis der Jugendlichen, sie hatten ja das Leben noch vor sich. Indem sie sich zur Religion bekamten, verdarben sie sich alle Zukunftschancen. In León, einer großen mexikanischen Stadt, wurden am 3. Januar Mitglieder der katholischen Jugendvereinigung ergriffen, grausam getötet, weil sie tapfer für die Rechte der Kirche eingetreten waren. Alle empfingen am Tag des Martyriums die heilige Kommunion. Der Erste fastete den ganzen vorgehenden Tag. Seine Frau, die ihm weinenden kleinen Sohn zeigte, erklärte er, Wenn ich zehn Söhne gehabt hätte, ich ließe sie alle für Gott. Der Zweite starb mit dem Ruf für Gott und seine Ehre. Der Dritte sagte zu der Mutter, Ich sehne mich zu sterben, der Herr will dieses Blut, um unser Land zu retten. Als seine Eltern ihn tot sahen, sagten sie, Kind, bitte für deine Eltern und deine Brüder, auf das sie dein Beispiel nachahmen können, du musst sicher schon im Paradies sein. Der Provinzialisko ergriff eine Abteilung einen jungen Mann aus dem einfachen Volk von kaum 18 Jahren. Nieder mit Christus soll er rufen, entrüstet weist er die Zumutung ab. Er sei katholischer Christ, nie wird er das sagen. Sie fesseln ihn, binden ihn in ein Lastauto, fahren los, schleifen den jungen Mann nach, bis er am ganzen Körper, mit Wunden bedeckt, Blut überströmt, vor seinem Vaterhaus ankommt. Dort drängen sie ihn noch mehr zu rufen, Hochpräsident Kallers, nieder mit Christus. Aber der junge Mann entgegnet immer wieder, Ich bin katholischer Christ, ich lobe und preise Christus. Als sie ihn schließlich mit Bayonettstichen dazu bringen wollen, Christus zu verleugnen, ruft eine Zeugin des Schauspiels, die Mutter herbei. Sie trifft ihr Kind im erbärmlichen Zustand. Mit dem Heldenmut der Mutter der Makabeer ruft sie ihm zu, Wenn sie dich töten, mein Junge, verleugne den Glaube nicht. Der Glaube ist mehr wert als das Leben. Jose Sanchez del Rio war 13 Jahre alt. Er wurde am 5. Februar 1928 wegen seiner Anhänglichkeit an den katholischen Glauben verhaftet, ins Gefängnis eingeliefert. Die Eltern setzten alles daran, ihn aus der Haft zu befreien, ohne Erfolg. In Christus gefestigt würde er das überstehen. Noch am selben Tag ging das Todesurteil über ihn, wenige Stunden später, mitten in der Nacht, sollte auf dem Friedhof das Todesurteil vollstreckt werden. Mit dem Ruf hoch Christus der König, da schreibt der 13-Jährige sein Todesurteil. Um 11 Uhr in der Nacht holen ihn die Henker zum letzten Gang ab. Man schlitzte Jose die Fußsohlen auf, er musste auf blanken Salz hin und her laufen. Auf seinen zerschundenen Füßen musste er schließlich den langen Weg zum Friedhof, zu seiner Hinrichtungsstätte antreten, unter starken Schmerzen. Unterwegs wurde ihm angeboten, wenn du rufst, Tod Christus dem König, werden wir dich verschonen. Doch Jose rief, es lebe Christus der König, es lebe die Mutter Gottes von Guadalupe. Die wenigen Passanten bleiben stehen und blicken verwundert auf das mutige Kind. Die Fenster öffnen sich, die Neugierigen fragen, was ist los? Wer wird erschossen? Immer wieder schmettert der Ruf des jungen Helden, hoch Christus der König. Und man hört hier und da in der Finsternis auch den gleichen Ruf. Von Mund zu Mund pflanzt sich dieser Schreib fort. Hunderte sind es bereits, die rufen, hoch Christus König. Die Henker brüllen das Kind arm, es soll es schweigen. Seine Antwort lautet noch freudiger, hoch Christus der König. Da saust ein Schlag auf den Kopf des Kindes, er stürzt auf das Pflaster, Blut fließt aus Nase und Mund. Mühsam erhebt sich das Kind und wieder der Ruf, hoch Christus der König. Endlich erreicht der Zug den Friedhof, das Grab ist ausgehoben. Selbst stellt sich das Kind hinein, während das Kommando zum Schießen ertönt. Die Kugel, es trifft, ruft das Kind zum letzten Mal, hoch Christus der König. Zu Boden gefallen, zeichnet er sterbend mit seinen blutverschmierten Finger ein Kreuz auf den Boden und küsst es. So starb zu Sahur del Diaz in Mexiko am 10. Februar 1928, Sanchez del Rio, ein 13-jähriger Junge, 2016 wurde er heilig gesprochen. In Mexiko erlitten unter Präsident Krales 160 Priester, aber viel mehr Laien, Männer, Frauen und Kinder, denn machte Tod. Einigen riss man die Zunge heraus, schlug ihnen durch Daumen und Fingerspitzen Eisen, brach ihnen die Knochen Stück für Stück. Die Märtyrer bezeugen die Macht der Gnade, die Kraft des Glaubens, die Lebendigkeit der Kirche. In Deutschland geschieht bis zur Stunde noch keine blutige Verfolgung, aber es steigt unerführlich die von den Massenmedien geschürte Geringschätzung, Abneigung und Feindseligkeit gegen die Kirche, gegen ihre Anhänger. Was sich in jahrzehntelangen Animosität anstaut, kann eines Tages zu einer furchtbaren Entladung kommen, wenn eine anhaltende wirtschaftliche Depression eintritt, Massenarbeitslosigkeit ihre verheerende Wirkung entfaltet, politischer Druck von außen unser Land bedrängt und vieles andere mehr. Schuld wird nur die katholische Kirche sein. Diese Anschuldigung kann sich sehr bald in konkreten Maßnahmen der Ausgrenzung des Ausschlusses und der Ächtung der katholischen Kirche verdichten. Wer Ohren hat zu hören, der hört die Arbeit der Verfolger in Redaktionsstuben in den Parteilokalen. Erinnern wir uns rechtzeitig an die mexikanischen Märtyrer, stärken wir uns an ihren Bekennermut, richten wir uns auf an ihrer Furchtlosigkeit, ahmen wir ihren Opfergeist nach. Amen. Im Namen des Vaters, des Sohnes, Heiligen Geistes, Amen. Gelobt sei Jesus Christus. Amen. 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 Amen.